Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3658. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Sie sieht perfekt aus. Wäre das nicht was für dich? Willst du Kontakt aufnehmen? Sie sieht perfekt aus. Wäre das nicht was für dich? Willst du Kontakt aufnehmen? Ich bin anderer Meinung. Ich sehe das ganz anders und möchte etwas verändern. Ich bin anderer Meinung. Ich bin anderer Meinung. Ich sehe das ganz anders und möchte etwas verändern. Meine Rente reicht für viele schöne Urlaube an der Nordsee. Meine Rente reicht für viele schöne Urlaube an der Nordsee. Meine Rente reicht für viele schöne Urlaube an der Nordsee. Im Flugzeug nehme ich die letzten Anpassungen an meiner Präsentation vor. Im Flugzeug nehme ich die letzten Anpassungen an meiner Präsentation vor. Am frühen Morgen treffen sich fünf Freundinnen für gemeinsame Yoga-Übungen auf einer Wiese in der Nähe ihrer Wohnungen. Am frühen Morgen treffen sich fünf Freundinnen für gemeinsame Yoga-Übungen auf einer Wiese in der Nähe ihrer Wohnungen. Am frühen Morgen treffen sich fünf Freundinnen für gemeinsame Yoga-Übungen auf einer Wiese in der Nähe ihrer Wohnungen. An jedem Strand gibt es Rettungsschwimmertürme. Dies ist ein Militärflugzeug aus Australien. Die Häuser stehen nah am Ufer des Kanals. Zu jedem Haus gehört ein Boot. Die Häuser stehen nah am Ufer des Kanals. Zu jedem Haus gehört ein Boot. Die Häuser stehen nah am Ufer des Kanals. Zu jedem Haus gehört ein Boot. Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich Staub saugen. Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich Staub saugen. Ich muss im Haushalt mithelfen. Heute muss ich Staub saugen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Die Großeltern freuen sich, wenn sie von ihren Enkelkindern einen Videoanruf erhalten. Die Großeltern freuen sich, wenn sie von ihren Enkelkindern einen Videoanruf erhalten. Die Großeltern freuen sich, wenn sie von ihren Enkelkindern einen Videoanruf erhalten. Über Nacht ist es plötzlich Winter geworden. Es gibt eine dünne Schneedecke. Über Nacht ist es plötzlich Winter geworden. Es gibt eine dünne Schneedecke. Zeigst du mir, was du gemalt hast? 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 Brauchst du noch mehr Stifte? Ich habe noch welche im Schreibtisch. Wir haben das große Glück, uns jedes Jahr drei Wochen Sommerurlaub am Meer leisten zu können. Wir haben das große Glück, uns jedes Jahr drei Wochen Sommerurlaub am Meer leisten zu können. Die Buntstifte und die Schere stehen ordentlich sortiert auf meinem Schreibtisch. Ab sofort bin ich die neue Leiterin der Werbeabteilung unserer Firma. Sollen wir diese Datei durch eine Neuprogrammierung ersetzen? Was meinst du dazu? Sollen wir diese Datei durch eine Neuprogrammierung ersetzen? Was meinst du dazu? Seit der Haltungsumstellung legen die Hühner mehr Eier, als wir verkaufen können. Seit der Haltungsumstellung legen die Hühner mehr Eier, als wir verkaufen können. Seit der Haltungsumstellung legen die Hühner mehr Eier, als wir verkaufen können. Mama geht tagsüber arbeiten, dann kümmere ich mich um meinen jüngeren Bruder. Ich mache mir Notizen für die morgige Sitzung. Wir müssen unserem Investor ein überzeugendes Konzept vorlegen. Ich mache mir Notizen für die morgige Sitzung. Wir müssen unserem Investor ein überzeugendes Konzept vorlegen. Ich mache mir Notizen für die morgige Sitzung. Ich muss erst etwas essen. Ich bin hungrig. Ich muss erst etwas essen. Ich bin hungrig. Wir sind nicht immer einer Meinung, und manchmal haben wir lange Diskussionen über bestimmte Themen. Ich bin arrangements. Ich brauche gerne nutzen. Bis dann und an! Bis dann. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.